In Kärnten begehen wir ein Fest, das Helmut heisst. Das ist traditionell die Zeit, in der wir Kärntnerinnen und Kärntner uns von den Nachttischlampen verabschieden, weil uns bei den E-Readern ein Licht aufgeht. Kein Wunder, denn E-Reader leuchten ein. Also, informieren Sie sich auf www.hein.at oder kommen Sie schnell in unsere Buchhandlung vorbei. Hein, lese fertige E-Reader, wie Sie im Buche stehen.